und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ist da trage ich bin schon mal vor geflogen hier zum portal und wir tauchen mal ein jetzt nach spark city ich bin jetzt mit euch zusammen das erste mal da rein oha oha ach deswegen brauche ich diese abstimmung das sind jetzt diese komischen stürme mein sprit ist fast alle naja okay das sind jetzt diese ich hoffe dass ich jetzt hier großartig schaden nehme ich muss erst mal fix tanken hier ist wieder ein bisschen weniger schnell zur tankstelle ich bin da weg vier kilometer circa Oh Gott, sieht das hier aus. Ja, ich weiß. Hoffentlich komme ich noch bis dahin. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ich dachte schon. Wie das hier jetzt ein Ding durchfliegt, da so ein Brocken hier. Oh Gott, ich habe das tanken. Ach scheiße, hier kostet ja 55 Cent pro Liter. Bei dem anderen hat, glaube ich, 47 Cent gekostet. Das ist egal. Komm, wir müssen tanken. Das hört sich an wie so eine widerliche alte Toilette. Eine, die überläuft. Oh Mann, so. Was hat das hier? Okay, minus 47 Grad. Hier scheint noch alles in Ordnung zu sein. Hier scheint auch alles in Ordnung zu sein. Okay. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal zu der Bar. Da hinten ist sie. Gucken wir mal, was das für eine Party ist. Begib dich, docker an. Mal gucken, wo wir hier andocken können. Rechts bestimmt, ne? Oha. Das war aber mehr wie knappig eben. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Hm. Geh mal, 3, 2, siehst du, öffne dich. Och Mann. Ach, bedau, das habe ich dir verkehrt gemacht. Ach, Mann. Aber sie ist am Öffnenlicht, ne? Hätte ja sein können. Okay. Aber wenigstens ist hier kein... Kein... Keine Stürme. Da sind wenigstens, wenn du die sehen kannst. Aber kann ja auch noch kommen, ne? Okay. Das sieht gut aus. Guti, dann gucken wir mal. Hey, LJ? You awake? Yeah? How are you feeling? Yeah, we've all learned that lesson the hard way over the years. That's why it's to party? Dude. In any case, last night was definitely a blast. But you, my friend, were a handful. In fact, I noticed some graffiti near where your rig is parked. Now, I'm not saying it was you, but someone's got to clean it up before Tommy notices. I mean, I would, but I'm already at the gas station topping up for a long haul. You'll give it a good scrub, though, right? Beseitige das Graffiti. Yeah, dann mach ich das mal, wa? Hier oben, ach so, hier gleich. Will ich hier dranbleiben können eigentlich? Okay. Dann werde ich mal aussteigen. Ich hoffe, dass der Anzug voll ist. Ach, verdammt. Hätte man vorher aufladen sollen. Gibt's hier einen Shop in der Nähe? Hier nicht. Das Tanke. Okay, da war Spark City. Da könnte das eventuell sein. Wie sind denn hier? Die drei Stück? Ich werde mal ein kleines Stück zurückfliegen. Okay. Also nicht, hätte ich auch, äh, angedockt, äh, ich werde das mal ausprobieren. Habe ich auch angedockt, äh, äh, ähm, nein, hoch, 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 hoch. Nein, das wird nicht so. Ach, das ist manchmal aber auch. Anscheinend Fricky hier mit dem. Aber ich glaube, dann geht das nicht, ne? Weil wir ja dann beim Verkaufen sind. So, ich guck mal. Ah, sah ich dann. Okay, hätte ich mir das auch klemmen können. Oh, ich habe gleich wieder abgebremst. So, dann nochmal. Okay. Okay. So, dann. So, dann geht's. So, dann geht's. So, dann geht's. das müsste ich doch schaffen mit der gast mit der mit der sauer mit dem sauerstoff ich finde ich cool dass auch mal so ein paar andere aufträge hier sind nicht immer nur dort gefahren das finde ich cool ja ich repäre die antenne da auch noch ist ein luft habe ich ja noch so möchte das so recht jetzt ja 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 Äh, okay. Ja, ja. Glück gehabt. So, das aufladen Ding ist an, ne? Ja, so. Da würde ich sagen, besuchen wir mal gleich Rosso. Mal gucken, ob wir hier nirgendwo gegen ballern. Okay, da oben ist ein Shop. Zack, da habe ich wieder einen abgekriegt. Hey, LJ, du fühlst dich besser? Stuff got pretty crazy last night. Red Eddie givin' you the runaround, huh? I'll send Red the invoice. I'll get to get back to work. See you around, LJ. Hey, Lucky. Sorry, I was kind of leaning on the mailbox while you were talking to Rosso. He's right, though. Red always does this. Whenever there's trouble, his solution is always getting the hell out of town on the long haul. So, thanks for cleaning the bathroom. I appreciate it. Meine Güte, da habe ich aber gerade ein paar Dinger weggekriegt, wa? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, da habe ich wieder was kaputt gegangen ist. Das sieht nicht so aus. Gut, ich würde sagen, wir werden mal wieder einen Shop machen. Aber wir werden erstmal hier in den Shop reingucken. Waren wir hier schon in dem Shop? Ich weiß das gar nicht jetzt mehr, Mensch. Nee, ich glaube, wir waren noch nicht im Shop, weil irgendwas fliegt hier rum. Ich glaube, das müssen wir verkaufen. Geil, wie das immer so vibriert, wenn man zu stark abbremst. So, dann gucken wir mal. Zu wenig. Zu teuer. Oha, die sind gerade ziemlich günstig. Aber wir haben Batterien. Die sind ja alle noch voll. Shit, aber hier hätten wir noch ein bisschen Platz, ne? Ich würde ja ganz gerne mal handeln. Aber das Ding wäre ein Baton mit Alltagskleidung. Wollen wir das mal mitnehmen? Aber guck mal, es ist gerade mal 2.999 oder 2.950. Ach, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Ne, ach komm. Das behalten wir auch. Ne, dann brauchen wir hier nichts. Theoretisch müsste man sich etwas kaufen für 405, ne? Ich werde das mal kaufen. Halt. So. Äh, hab ich... Das Ding zu oder auf? Ja. Das Ding ist auf. Ah, shit. Bleibt immer schön da drinnen. Wo ist der andere? Dann. Nein, was machst du hier? Nein, da. Nein, da. Nein, da hab ich gesagt. Rein. Dann schnell zum Job. Na, wir sind bei 19 Minuten. Ein Job, wenn wir wohl nicht mehr fliegen können heute. Achso, ich bin ja schon los. Oh, ja. 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 So, dann werden wir mal gucken. Nehmen wir eine neue Strecke, fliegen wir mal zu einer alten Strecke. Ich würde mir ganz gerne eine Erweiterung kaufen. Warte mal, wir haben ja noch 5900. Pinky Pinky. Äh, was gegen diese Stürme würde ich mir ganz gerne zulegen. Ich dachte doch irgendwann mal mir ordentlich Schaden zufügen. Ne, die Dämpfer zum Beispiel. War das nicht mit den Dämpfern irgendetwas? Hatten die da nicht, äh, gesagt? Weil das da Schaden geben kann? Ach, Mensch. Der, 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 der Anzugs-Dings der Bumse. Oh, oh, 5000. Oh, shit. Läuft in 6 Minuten ab. 9 Stunden brauche ich. Mittwoch um 9 Stunden 30. Das wäre... Na, das schaffe ich nicht. Ne, das schaffe ich nicht. Guck mal, das sind ja jetzt gerade mal... Das sind ja jetzt ungefähr 9 Stunden 30, ne? Wir haben es jetzt 23,49. Ne, das wird knapp. Das schaffe ich nicht. Ne, die Gefahr ist mir zu groß. Ach, verdammt. Oder mache ich das? Noch auch nix? Komm, no risk, no fun. Wir machen das. Schnell die Fracht abholen wenigstens schon mal. Und dann müssen wir immer querfeld einfliegen. Wir probieren es einfach. Das wäre ja geil. 5000 Pinkie Pinkie. 5000 Dollar. Oster waktier. Oh, das wäre ja geil. Du hast dich, du hast... Wir sind... ...hier zu einem. Keine Waktier. Alles ist, was du, hast du. Ja, ein Stück grün. So, wo müssen wir hin? Wir müssen nach Onyx. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eigentlich genau das gleiche, ne? Okay, erstmal nach Junkfields. Wo ist Junkfields? Da oben. Geht's aber los hier. Zum Glück haben wir alles aufgeladen. Da drüben ist eine Strecke. Da werde ich erstmal hinfliegen. Dass wir hier wenigstens ein bisschen sicher, da wirst du da hinten hinkommen. 5.000 Dollar, das wäre so geil. Warte mal, Three Kings? Wieso fliegen wir nicht nach Three Kings? Und dann nach Atlas Prime. Ah, wir fliegen nach Three Kings. Oder hat das irgendwelche Auswirkungen? Das teste ich mal mit Three Kings. Wird mir jetzt wahrscheinlich Geld kosten. Ich glaube, das ist eine Schnellroute, ne? Deswegen sind das diese doppelten Linien. Aber wisst ihr, das ist mir egal. Wir müssen mal gucken, wie teuer das ist. Ich meine, man muss es ja wenigstens einmal, ne? Kennenlernen? Ah, ich glaube, den schaffe ich nicht mehr zu überholen hier, oder? Doch, das schaffe ich. Ich finde immer noch, was ich ging. So, jetzt sind wir in Three Kings. Jetzt müssen wir, glaube ich, nach Atlas Prime, ne? Ja, nach Atlas Prime. Alter, gehen wir mal aus dem Bild. Da ist Atlas Prime. 4 Kilometer. Genau, das Gelbe. Genau, das Gelbe sind ja diese, wie sagt man, Hochgeschwindigkeits-Dingsabumse. Weißt du was? Ich werde zwischendurch mal wieder abspeichern, ganz kurz. 7,56, also hier unten. Okay, ich hätte hier links dran vorbeifliegen sollen. Oha, das war knapp eben. Na, bekriegen sich die beiden daneben an? Aber manchmal finde ich, das ist richtig mittig, ne? Aber lass mich das... So. Dann ab noch Atlas Prime. Muss ich das verstehen jetzt hier? Okay, die Batterie ist alle. Oh Gott, wir fliegen noch. Hätte anhalten sollen. Nein, hör doch mal auf. Hier bei dem Ding ist auch was kaputt. Ist egal. Ich muss erstmal jetzt schnell. Das Strom, denke ich hier. Diese Strom schläge hier einiges kaputt gemacht. Sag mal. So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich nach Onyx. Oh, nix. Genau. Da oben. Sieben Meilen. Äh, sieben Kilometer. Anzug ist klar. Mach ich gleich. Strom, äh, 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 äh. Na, hier sagen wir schnell. Äh, sauerstoff geht wieder hoch. Glück gehabt. Warte mal, ich muss Aufträge, ähm, fällig innerhalb von 6 Stunden. Guck mal, dann schau ich doch dicke. Oder was? Weil es ist jetzt 3.10 Uhr und um 9.26 Uhr muss ich da sein. Das müsste ich theoretisch dicke schaffen, ne?